Auswechseln auf einen nicht Teufelsfruchtbenutzer 1, 2, BAM Hau mal BAM, hey Okay, dann haben wir auch ins Wasser geschubst Wow, schönes Gebiet hier Muss man schon sagen Me likes Ah, hier entlang Ein Angelplatz Sehr abgelegen Können wir hier irgendwas besonderes angeln? Sieht wohl so aus Okay Angeln mit Sanji Und Und Ah, fängt das wieder an? WTF Und Los, 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 los Ja, leave it to me Ja, leave it to me Ja, leave it to me Äh Die Richtung Los Ah Hilfe Okay Ah Spontaner Scream Ah Ja Ja Ah Ah Los Sanji Du schaffst das Und Ah Oh, knapp Drop this new item. Yes. Brauen wir nicht. Hier gibt es sicherlich noch was selteneres. An mir kann ich nicht weiter werfen gerade. So. Los. Los. Sanji. Hol ein. Oh. Look at this. New record. No. Den können wir auf jeden Fall. Den brauchen wir nicht. Sticky syrup. Wie auch immer. Das können wir ja nicht. Toll. Sollen wir die fallen lassen? Ne. Dafür sind sie auch zu schade. Fountainberries möchte ich eigentlich noch gerne behalten. Medical Plans. Ja. Die fünf brauchen wir jetzt auch nicht. Gut. Einen Versuch noch. Ja. Das war weit. Das muss jetzt aber auch was werden. Los. 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 Es vibriert. Es vibriert ein bisschen. Ja. Oh. Fuck. Okay. Nein. Das will ich jetzt noch schaffen. Na. Das war jetzt nichts. Wunderlich weit. Ähm. Hier gab es auch irgendeinen Trick. Beim Einholen. Äh. Den ich auf jeden Fall gerade nicht mehr beherrsche. Auf jeden Fall braucht man sehr viel Geduld. Wie wohl auch beim echten Angeln. Habe ich jetzt noch nie selber gemacht. Aber habe ich gehört. Äh. Ja. Ganz knapp. Ähm. Ja. Okay. Das reicht. Schade, dass wir den ganz hinten. Aber das bekomme ich jetzt auch gerade nicht mehr hin. Naja. Äh. Wir hatten eh was anderes vor. Ich lasse mich zu arg ablenken. Hier durch das schöne Spiel. Oh. Wow. Geht's hier entlang. Soviel zu Sachen Ablenkung. Oh. Okay. Wieder ein Gebiet, was mir gerade überhaupt nicht gesagt. Aber verdammt cool aussieht. Oh. 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 Das sieht so schön aus. Okay. Wir brauchen. Diesmal brauchen wir wirklich noch eine Komponente. Aber. Hier haben wir noch den nächsten Boss hier drin. Und ich glaube den habe ich sogar bei meinem letzten Durchspiel nicht gefunden. Weil. Daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Also wirklich null. Aber okay. Das heißt. In dem Spiel gibt es wohl doch noch ein bisschen Blindness. Blind. Play. Wie auch immer. Ähm. Hier entlang. Und ja. Wir nehmen den schnellsten Weg zurück. Wir haben uns jetzt genügend Abkürzungen geschaffen. Ähm. Aha. Aber ich will doch noch wissen, was da oben ist. Neugierig sein ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Und so. Ja. Vielleicht sage ich das ja in einer Episode hoch. Mach ich wahrscheinlich eh nicht. Aber. Kann ich ja mal drüber nachdenken. Stimmt. Hier waren auch noch Gegner. Waren Gegner. Woa. Woa. Das. Pretty. Bad. I would say. Woa. Ah. Ich habe keinen SP mehr. Verdammt. Man. Wah. Ah. Ich liebe die Attacke von Sanji. Ich benutze die selten. Ich glaube das sind so. Ja. Alleinig vom Attackmuster die schwersten Gegner finde ich persönlich. Vielleicht höchstens noch die mechanische Form die aber eigentlich dasselbe ist. Ob man die jetzt als einzelne Gegner zählt. Ich weiß es nicht. Aber. Also. Offiziell garantiert. Aber. Ob ich die jetzt als einzelne Gegner zählen soll. Sind ja wirklich eigentlich das selten. Glaub ich. Zumindest. Wenn nicht schreibt es in die Kommentare. Au. Dann tischte auf. Au. You will die. Yeah. Okay. Geschafft. Und jetzt. Was? War da irgendwas? War da irgendwas? War da was? Wo kommen wir hier raus? Äh. Ne. So many Items. Ach. Fuck. Ja ja ja. Wo kommen wir unsere Items nicht mehr los? Mensch. Wo bin ich hier? Wow. Oh. Fuck. Ich glaube das war keine so gute Idee. Ach. Wollen wir die Fernkämpfer kümmern? Das wird glaube ich relativ knapp hier. Äh. Ja. Was so alles aus einer kleinen Trainings. Äh. Slash. Erkundungsmission. Bei dem Spiel werden. Kann. Aua. Sanji. Okay. Oh fuck. Ich hab kein SP mehr. War. Aua. Die. Die. Zum Glück haben wir noch einen Fernkämpfer hier. Und rein theoretisch. Wieso. 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 Lass ich Sanji eigentlich sterben? Dann benutzen wir halt mal. Das Item. Was ich eigentlich aufheben wollte. Let's do this. Ähm. Und gleich noch. Ja. Was rüscht ich da? Ach. Das sollte okay sein. Reicht. Reicht. Ich weiß jetzt nicht genau die Attackkoeffizienten. Also. Wie viel mehr Damage das jetzt macht. Ein. Zwei. Drei. Ähm. Okay. Und. Los geht's. Bam. 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 Das dürfte ordentlich aufgeräumt haben. Und wenn wir gerade dabei sind. Haben wir noch zwei Supertags. Bam. Bam. Ja. Da hängt sogar das Originalspiel. Ein bisschen. Ganz wenig nur. Ich glaub ihr seht's nicht mal. Das dürft ihr eigentlich sehen. Boah. Zorro ist gut gegen so viele Gegner. Aber. Einer kommt noch dran. Was gibt's für eine bessere Gelegenheit? Mal die neue Superattacke zu zeigen. Als hier. Okay. Yeah. Wow. Haha. Und jetzt sind wir klein. Hilfe. Macht mich wieder groß. Danke. Aber episch. Einfach nur episch. Und wir haben ja natürlich nochmal eine Superattacke. Ich hau jetzt einfach mal alles raus. Was soll's. Hitball. Bam. Kostet relativ wenig. Kann man also mehrmals im Kampf benutzen. Aber wenn ich gerade niemanden damit getroffen hab. Wow. Eins. Zwei. Bam. Erst. Sterb. Okay. Wir kommen aber eigentlich hier ganz gut durch. Wow. Stimmt. Ah. Wieso bin ich gleich noch gekommen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Heilungen zu farmen. Mit Nami. Geht natürlich nur einmal mit dem Gegner. Fünf. Der starb grad. Der starb grad. Der starb grad. Hier. Nein. Ups. Ach. Das ist noch von vorhin. Betäubt. Das ist noch von vorhin. Jasper. Das ist noch von vorhin. Höch. Was war ich? Aua. Aua. Äh. Dreimal? Ich schieß doch noch einmal. Aber ich weiß nicht, aber es ist noch zweimal. Was soll das? Gehen wir hier irgendwas episches nach dem Kampf? Das war ein ordentlicher Kampf. Genial. Finde ich zumindest. Nicht umsonst eines meiner Lieblingsspiele. Okay. Looks like there's another one here. Hey, is there anything neat written here? Well, let's have a look. A beast resides in the land of snow. It is a sad story of a beast who forgets himself and smashes all. That sounds really scary. Yeah, guys, why don't we give a... Ha ha ha, I can't wait to see this guy. Hopefully he won't disappoint us. Oh man. Yeah. Ein weiteres. Das dürften auch wieder so 2-3% sein im gesamten Fortschritt. Jetzt können wir aber zurückgehen. Wow. Okay. Ich hätte ernsthaft nicht gedacht, dass es daraus jetzt 40 Minuten werden. Aber umso besser. Ihr seht, das Spiel hat noch einiges zu bieten. Und stellt euch so ein Gebiet jetzt noch in jedem größeren Gebiet vor. Dann habt ihr einen guten Überblick über den Umfang von dem Spiel. Von diesem Spiel. Wie auch mal. Naja. Ich weiß gerade nicht. Ist mein... Ah, fuck. Den hätte ich noch sammeln müssen. Stimmt. Beinahe vergessen. Äh. Können wir den noch mal sammeln? Weil den brauchen wir wirklich dringend. Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Weiß nicht, wie weit man zurückgehen muss dafür. Hop. Hop. Äventuell ist hier auch noch einer. Au. Ah, nee. Uah. Lass mich in Ruhe. Au. Okay. Ist hier irgendwo noch einer von diesen Käfern? Äh. Die gehen ja nicht hin. Völlig falsch Richtung hier. Hm. Aber ich glaube, es gibt sowieso bessere Orte, um die zu fangen. Äh. Ja, ja. Natürlich. Die gibt es ja auch noch in den, äh, im großen Gebiet. Also im Stadtgebiet. Ähm. Ja, passt. Los, Nami. Nice. Sehr schön. Nami ist auch schon recht stark. Also, ich finde sie jetzt auch in der Serie. Ich meine, sie hat, sie hat ja bei, ähm, Alabaster Miss Doubelfinger und... Hm. Wen hat sie auf Skype hier besiegt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall kämpft sie. Ja. Mindestens genauso gerissen wie Lusop. Und genauso cool. Okay. Was können wir jetzt Neues machen? Das erste ist mal Foot. Äh, nein, nicht das heißt Foot. Was sage ich denn da? Äh. Äh. Eigentlich ging es hier... Um was ging es hier eigentlich? Mal kurz die Vans checken, bevor ich irgendwas falsch mache hier. Ähm. Oh. Hier. Brauchen wir noch... Drei blaue. Dann haben wir alles. Okay. Ähm. Hier können wir... Eigentlich auch. Ja, wenn... Ja. Ja. Brauchen wir noch einen Boss. Ähm. Hier brauchen wir ein Rare Golden Egg. Für was brauchten wir noch mal den Sirup? I don't know. Äh. War das nur für Sanji? Nee, oder? Komplett bescheuert. So, sieht so aus. Okay, dann bin ich halt komplett bescheuert. Hm. Macht mir auch nichts aus. Na gut. Wir werden sehen, wenn wir das zweite Sirup einsammeln. So was wir jetzt gebraucht haben. Hätten. Wie auch immer. Ähm. Genau, das ist sehr cool. Oh, wer kriegt das? Es gibt nämlich viel SP. Das heißt, jemand, der schon Super-Attacken hat, nimmt das. Luffy kann sowieso nur einmal seine Super-Attacken, aber dafür länger. Ja, gehen wir jetzt, Luffy. Oh, meine Hand wird kalt. Hm. Können wir uns auch leisten? Ah, Special Pirate Cola. The Cola, Frankie, wants so much. Luckily, the island has the ingredients. Yeah. Hm, genau. Die gibt am Frankie natürlich ordentlich viel. Nice. Oh. Yeah, da brauchen wir einen goldenen Apfel. Dann haben wir es eine schon. Nice. Ja, das gibt sehr viel SP, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ähm. Ja. Können wir nichts. Wichtiges zumindest. Ähm. Dann. Nope. Nope. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und in der nächsten Folge geht es ab zum Boss. Abonnieren, kommentieren, favorisieren. Euer Headset Sniper.